Na, Burdak aus Polen. Karin, vielleicht einen Satz zu den speziellen Anforderungen? Ja, beim Ball ist es so, dass da die sogenannten gerätespezifischen Körperelemente, die Gleichgewichtselemente sind, und die müssen mindestens dreimal präsentiert werden und davon muss eine Höchstschwierigkeit sein. Ansonsten, wie immer, vier Höchstschwierigkeiten, Sprünge, Drehungen, Beweglichkeits-Elemente. Würfe gehören zu den Geräte-Elementen, nicht die Körperelemente. Das war ein Risikoteil gerade eben, weil sie nicht mit den Händen gefangen hat. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war jetzt die Höchstschwierigkeit mit der Drehung, dreifache Attitude. Wieder eine Höchstschwierigkeit, leicht gepatzt, man hat gesehen, sie hat nicht richtig gefangen. Ja, der hat den kurz fallen lassen. Jona Burdak aus Polen. Übrigens haben unsere zwei Gymnastinnen, also die Christiane Klump und die Magdalena Dreschka, dieses Finale nur ganz, ganz knapp verpasst. Die Qualifikation ergibt sich ja aus dem gestrigen Vierkampf. Aus Spanien kommt Carolina Pascual. Die erste Wertung ist da, 9,35. Ich war das, 4,5.